Und damit herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Retro-Nerds. Ich bin der Pascal und ich habe vor, heute mit und für euch The Adventures of Batman and Robin für den SNES durchzuspielen. Mal gucken, wie lange mich das kosten wird, wie viel Zeit ich wirklich brauche. War ein Spiel meiner Kindheit. Ich habe die Batman Animated Series so gesuchtet, im Moment in Vorbereitung auf einen Podcast, der irgendwann mal kommen wird. Guck ich hier gerade nochmal. Deshalb dachte ich mir, was ein guter Zeitpunkt, um das Spiel nochmal zu spielen und das für euch hier aufzunehmen. Deshalb fangen wir doch einfach mal an. Amused to death. Master Bruce, we've picked up a suspicious surrounding broadcast. Okay, put it on the monitor. Hello, hello. This is the Joker Channel. And now for an urgent message from the Joker himself. Here he is. Are you watching, Batman? I've prepared some very special attractions at the Gotham City amusement park just for all those good little boys and girls of Gotham City. Tomorrow should be a real screen myth. You know what I mean. Ha 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 ha. Well everyone, thanks for watching, the joker channel, see you next time, bye! Master Bruce, this is undoubtedly a trap of some kind. I know all friends, but I still have to go, quickie, prepare the equipment. Of course, Master Bruce, and I would say equipment, Batarang, do we have a gas mask with, no, we don't need a flashlight, x-ray goggles. No, I would say we are good with Sterns, Breakguns, Plastic Explosives and Smoke Bombs. Los geht's! Bam, bam, bam! So! Ich boxe euch alle weg! Da, 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 Batman! Zack, hier oben hin! In den Sack getreten! Schön über alle drüber und den noch, boah, hat der mich noch! Das geht! Und nochmal in den Sack getreten, komm her! Boah! Und direkt schon drei Schläge kassiert, vier Schläge kassiert, komm her! Ah, da sind wir schon im Funhaus! Hi there, Batman! Welcome to the Joker's Funhaus! Dreck mal hinterher, der kleinen Harley! Und zack! Die brauchen echt ein paar Schläge! Ich bin gleich schon tot! Ah, so! Okay, man kann auch rollen! Na gut! Dumm, dumm! Schnell hier drüber! Oh! Na gut! Da, da, da! Schnell hier drüber! GLaifagen hier auswählen! Und dann hier rüber. Zack. Ich halte den Greifhaken und hier rüber. Ah, Mist. Bin ich jetzt tot? Scheiße. Ah, gut. Weiß ich vom... Weiß ich beim nächsten Mal. Schön. So, hier drückt ich mich noch mal aus. Hier rauf. Hier runter. Lauf. Ich drücke immer die falsche Taste. Hier erwischt ich mich nicht. Oh. Erster Zwischengoss. Schon. Na komm schon. Ich weiß doch noch. Ich muss deinen Kopf treffen. Oh. Vor dem Dingern muss man sich also auch in Acht nehmen. Na komm. Komm. Jawoll. Schön den Kopf weggetreten. Und weiter geht's. Auf zum Joker. I found you, Joker. Surrender quietly. Don't be silly, Batman. I've prepared some particular nasty surprises for you. Ich weiß gar nicht, ob es damals auch auf Englisch war oder auf Deutsch. This machine will give the greatness and last thrill of your life. Harley, if you would do the honors. Wow, way to go, Mr. J. Bye, bye. So, dann fahren wir hier mal ein Rundchen, ne? Du, 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 du. Achterbahnfahrt. Woooo. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh! Ich dachte, man könnte dann da auf den Kart springen. Ha ha ha! This machine will give the greatest and last thrill of your life, Harley, if you would do the honors. Wow! Way to go, Mr. J! Habe ich schon gar nicht gehört. Ich dachte einfach, man könne auf den Zug vom Joker aufspringen, aber das sieht das Spiel wohl nicht vor. Da wäre es wohl viel zu einfach. Oh Mist, da hat er mich getroffen. Okay, den Mundregen kann ich hier außen vor lassen. Oh, nein, nicht runterfallen. Oh, das ist doch fies, die komischen Dinge haben mir auch Schaden gemacht. Ah, komm schon! Nein! Schon wieder gestorben. Ist das jetzt nochmal von vorne? Ah! Continue! The jokes on you, Batman! Who's laughing now? Ha ha ha! So! Amused to death! Okay, müssen wir wahrscheinlich nochmal von vorne machen. Ich würde mal sagen, das überspringen wir jetzt einfach mal. Und das haben wir vorhin auch schon alles ausgewählt. Und dann geht's hier direkt weiter. Direkt der erste Gegner und ich krieg schöne Schelle. Oh! 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 So! Oh! noch einen, komm. Und dann haben wir ja auch schon quasi wieder das Funhaus erreicht. Ja, habe ich weiß. Danke, dass du mich willkommen heißt. Ab hinterher. Schlagen wir hier noch ein paar Typen kaputt. Zack, rauf und noch mal rauf. Dann hier rüber. Okay, irgendwie bin ich zu doof für diesen Doppelsprung, aber egal. So, sehen wir hier was. Schön rauf hier, zack. Hier rüber. So, machen wir hier noch diesen komischen Roboter-Vier wieder fertig. Das sollte ja diesmal kein Problem sein. Einfach nur hoch springen, den Treten, den Dingern ausweichen, wo man nicht zu dumm dafür ist. Und immer schön. Man scheint mich zu doof, diesen Dingern auszuweichen. Im Glück hat er dauernd schaden. So, ich glaube, einen Schlag kriegt er noch. Dann war es das. Jawohl. So, rennen wir mal dem Joker hinterher. Ja, das haben wir schon gehört. Auf zur Achterbahnfahrt. Und wir hinterher natürlich. So, diesmal weiß ich, wie ich es zu machen habe. Und runter. Und runter. Oh, diese blöden... Ach, Mist, ey. Diese blöden... Äh... ...vom Pinball-Dinger. Ja, ja. Komm, schieß ihn ab. Dann los. Einfach zu blöd für das erste Level schon. So. Als Kind nie Schwierigkeiten mit diesem Spiel gehabt. Und jetzt einfach mit eins der schwierigsten Spiele. Das kann doch nicht sein. Ja, ich hätte das jetzt hier. Ich hätte den Scheiß hier weg. King. Nein. Ich muss doch einfach nur im richtigen Moment zurückboxen. Ah, komm schon. Komm schon. Na, wirft er wieder was? Achtung. Achtung. Oh, ich hätte auf den Kart aufspringen müssen. Ups. Sonst geht's nicht. Und da geht's dann. Toll. Okay, wissen wir jetzt. Und runter. Und runter. Und runter. Entiglich. Und runter. Und runter. Und das war so. Và die Aend sind nicht. Und jetzt steht in der Kamen. Und enfin, auf die au IRAiate. Hier ist das gerade dementias. Okay, da sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen, diesmal nur einmal getroffen worden. So, jetzt kommt hier die... Ich verstehe nicht, wann der mich trifft und wann er nicht trifft. Das gibt's noch nicht. Okay, jetzt muss man gleich hier auf den Kart aufspringen. Ja. Jawohl. Zack, 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 komm her, komm her. Your luck has run out, Joker. Rats, you persistent pest. Say goodbye. Na, komm her, ich boxe dir ins Gesicht. Dass er nicht getroffen wird von den Dingern, aber ich, ja. 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 Komm, kassier ein paar. Nein. Oh, ich hatte ihn fast. Nein, ich hatte ihn fast. Oh Gott. Ich würde sagen, wir probieren es nochmal in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.